Auf diesen Lifestyle-Tipp habe ich mich schon lange gefreut und zwar befinde ich mich jetzt an der Torgas 5 in Niederdorf bei La Sopa, wo es um ganz spezielle Suppen und Eintopf geht. Ivan, Scotty, Luisa. Ich habe schon ein paar von deinen Suppen gegessen und ich kann es nicht besser machen und behaupte, dass ich Suppen kochen kann. Um was geht es heute bei euch? Wir versuchen es so gut zu kochen wie du und dann frieren wir Schokolade und dann verkaufen wir es in der ganzen Schweiz in allen guten Delicatessa-Läden. Zum Beispiel bei einer Globus Delicatessa und dann in unserem eigenen Lädchen oder in dieser kleinen Bar kann man es serviert bekommen. Und über das Internet ist es auch etwas? Ja, man kann es beim Le Shop stellen. Der Le Shop hat jetzt das ganz neue Sortiment. Und man kann es auch über den Veloblitz in Zürich bringen. Zu deinem Zuhause. Genau. Das Angebot ist ja riesig. Und auch für alle ist etwas dabei. Ich habe gesehen, Vegan dabei, für alle Allergiker. Also glutenfrei, Knobli-frei, alles mögliche. Auf das alles habt ihr geachtet? Ja, wir haben so nach und nach das Produkt erweitert und haben ein bisschen überlegt, wer alles was ich gerne habe und was ich nicht gerne habe und was ich nicht gerne habe. Und so haben wir ein Sortiment zusammengestellt, dass es für jeden etwas gibt. Die Idee ist aber vor allem, dass es gesund ist. Also schnell zubereitet ist. In 5 Minuten ist das ein paar Minuten. Also für den Mann, der nicht will kochen oder die Frau zuhause oder Gäste kurzfristig kommen, lass Opa rausnehmen und dann geht's. Und es ist vor allem gesund. Ja. Convenient. Aber wir schauen darauf, dass es vor allem gut ist. Also das Angebot ist sehr genereu, kann man sagen. Also es gibt ja vegetarische Suppen, es gibt ja asiatische Gemüse-Suppen mit Tofu, Bloody Mary-Suppen mit Vodka, Erbsensuppen mit Minze, Karotensuppen mit Mango und Orange, Minestrone, Morcosuppen und und und. Also unglaublich. Dann gibt's Suppen mit Fleisch, Flügel oder Fischgerichte. Dann gibt's Gerichte an sich mit Chili con carne, Couscous mit Gemüse. Also alles mögliche. Und sogar Pastasauce gibt's neustens, gell? Also schon fertige Pastasauce. Ja. Die Idee ist, dass... Aber so richtig an Italienern. Ja. Sie sind sehr gut gemacht, hoffe ich. Also dass die Leute auch so gut schmecken wie mir. Sie sind in der gleichen Idee, dass sie praktisch ein paar Minuten etwas essen am Tisch. Ja. Nichts was so einfach ist, ist besser zu geniessen. Das ist das Motto von La Suppe. Und es ist tatsächlich so. Also wirklich, es gibt keine Ausrede mehr. Das ist super, super. So gesund und fertig gericht. So lecken könnt ihr geniessen hier bei La Suppe.